Aber wir fangen jetzt mal ganz tief bei der Choreo von mir an. Du stehst mit den Beinen weit. Zuerst hast du vier Steps nach vorne. Ich zeige dir kurz nur die Füße und dann nehmen wir die Hände dazu. Okay, es ist Step, 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 Step. Hier siehst du schon, dass ich von oben immer etwas tief gehe. Step, Psch, 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 Psch. Hände dazu.